Squall 4S geflogen von heboshop.ch präsentiert von flyfreak und jetzt habt viel spaß beim flug vor diesem absolut geilen teil arf selbst gebastelt und jetzt geht's los hallo liebe leute jetzt wieder hier flyfreak jetzt fliegen wir das geile teil den squall und mein lieber kumpel der marsch der wirft ihn jetzt gleich gucken wir was den geht vier ist geflogen ab geht's wir fliegen jetzt ohne gas schön so vorbei erhöhen das gas wieder und ziehen ihn davon vollrate bei minus 50 prozent ausschlag ganz ok gut zu fliegen aber nur 50 prozent ausschlag stellt euch mal vor wie das bei 100 prozent ein ja 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 ne ja 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 Das war's für heute. Das war's für heute.